Ja, hier ist Amia. Amia, Amia. Sichtig aufgetaut. Ein kleiner Wusel bist du. Ein kleiner Wusel bist du. Ein kleiner Wusel. Und genau, streicheln ist mittlerweile, ups, wo ist sie denn? Soraya? Kein Problem mehr. Ist immer noch so ein bisschen huschi. Ich brauche immer einen kleinen Moment, bis man sie auch mal kurz festhalten kann. Ja, Amia, komm her. Aber wenn sie dann mal ruhiger wird, dann ist es auch kein Problem. Ja, da ist ein Meterstab. Ich muss nämlich jetzt, wie groß du bist. Ich muss nämlich jetzt, wie groß du bist. Genau, also die hat sich echt richtig gut eingelebt jetzt. Und ja, hat immer noch ein besonderes Fellkleid. Aber man muss ihr leider die ganzen Hosen hinten wegschneiden, die man komplett verfilzt. Und es darf jetzt alles wieder schön nachwachsen. Hui. Genau, super verspielt. Ähm, ja. Ja, ja, ja. Ja.